Ja Leute, willkommen zu NauBru hier auf diesem Kanal. Vergesst noch, statt zu Videos, nicht zu abonnieren, liken, loben, schauen. Es würde mir sehr freuen, wenn ihr alles machen würdet. Ja Leute, es gibt mal wieder ein Update bei meinem Game-Tisch, genau. Und ich zeige jetzt, was da bei meinem Gaming-Tisch so neu dazugekommen ist. Ja Leute, und dafür switchen wir jetzt mal kurz die Kamera. Also, man kommt hier rein, hier natürlich mein Gaming-Stuhl und hier natürlich erstmal eine ganz normale Gaming-Maus. Dann hier Gaming-Tastatur und dann der Monitor, Leute. Sieht doch richtig nice aus, oder? Ja Leute, also ich finde es ganz chillig mit diesem Monitor. Der ist heute bei mir am 14.03.2024 angekommen. Und ja, also bin zufrieden damit und ja. Und hier auch Luigi und Mario, hier auch wieder am Chillen. Die haben es hier gemütlich gemacht, Mario und Luigi. Und Lunix Junior, was machst du hier oben am Monitor? Du sollst ja nicht einmal ein Monitor hier rumsitzen, oben drauf. Lunix Junior, ähm, tun wir mal zu Mario. Die chillen jetzt zusammen hier, Mario und Lunix Junior. Und hier Luigi chillt natürlich auch hier ein bisschen mit. Ja, die fühlen sich ja glaube ich schon wohl. Und ja, ähm, das wäre das Update für heute. Mit dem Monitor. Ja, ähm, finde ich ganz nice. Und so erzähle ich nochmal hier vielleicht mit meinem ganzen Dings, äh, mit meinem ganzen Tisch mit dem Stuhl. Ja, wie gefällt euch, äh, ähm, der Gaming-Tisch aktuell zu diesem Zeitpunkt hier? Äh, während ihr dieses Video gerade seht. Also, wie gefällt euch jetzt hier dieser Gaming-Tisch aktuell zu diesem Zeitpunkt? Gerade jetzt. Schreibt mir in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ja, aber ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Video heute schon wieder. Wenn ihr das Video gefallen habt, gebt einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, nehmt für die Glocke, um keine Wettbewerbsvideos mehr, um mich zu verpassen. Ja, Leute, ich würde sagen, haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!